Statt umständlich über Einstellungen in die WLAN-Einstellungen zu gehen, kannst du auch das Kontrollcenter aufrufen, einfach rechts nach unten schieben, dann länger hier auf WLAN bleiben, dann hier nochmal länger auf dem WLAN-Symbol bleiben und kannst dich hier jetzt mit den verschiedenen WLAN-Netzwerken verbinden. Wie du gesehen hast, haben wir hier auch noch weitere Funktionen, zum Beispiel kommst du hier auch schnell an den persönlichen Rotspot.